Der Girls' Day ist ein Aktionstag, der buddesweit stattfindet, einmal jährlich. Und es können Mädchen teilnehmen ab der fünften Klasse. Ziel des Girls' Days ist erstmal die Berufsorientierung, die Orientierung von den Mädchen, dass sie vielleicht Berufe und Studiengänge mit in ihre Berufswahl einbeziehen, an die sie vielleicht vorher gar nicht gedacht hatten, wo es einen hohen Männeranteil gibt. Und dass die so die Chance bekommen, einmal da reinzuschnuppern und dann vielleicht merken, Mathe, Chemie, Physik, das ist ja alles gar nicht so schlimm und macht vielleicht sogar Spaß. Ja, dass Hemmschwellen abgebaut werden und die Berufsorientierung von den Jugendlichen frei von Geschlechter-Tischees ist. An der FH Kiel bieten wir einige Angebote in verschiedenen Fachbereichen an. Das Rahmenprogramm ist sozusagen, dass die Mädchen offiziell begrüßt werden und dann mit den Beteiligten aus den Fachbereichen, den Studierenden und den Lehrendern, in die Gruppen gehen und da auch den ganzen Tag die Möglichkeit haben, mit den Studierenden in Austausch zu gehen und Fragen zu stellen. Ich würde das gut finden, wenn die Mädchen nach dem Aktionstag sagen, ja, ich kann mir vorstellen, was mit Technik zu machen. Ja, ich kann mir vorstellen, ein ingenieurswissenschaftliches Studium aufzunehmen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Mädchen aufzunehmen. Ich kann dir diese Mädchen aufzunehmen. Also, ich kann mir die Mädchen vorzunehmen mit 3 Blumen zu zeigen.